hallo und herzlich willkommen zu schwanzwedeln dem podcast für hundefreunde lieber tom herzlich willkommen bei schwanzwedeln du bist ein leidenschaftlicher motorradfahrer und du bist auch hundebesitzer wie passt das denn zusammen das passt super gut zusammen wie soll ich sagen das motorrad war zuerst da und als wir uns für hunde entschieden haben wussten wir es muss dann in anführungsstrichen kleiner und sein beziehungsweise kleine hunde ich fahre mittlerweile mit zwei hunden also sprich du fährst tatsächlich motorrad mit hund so hast du deine beiden hobbys sozusagen miteinander verbunden ganz genau wie meine frau kam auf die idee dass wir einen hund haben dass wir dass sie einen hund haben möchte die kinder sind beide aus dem haus und dann ging ja die frage ja moment wir sind motorradfahrer das war dann der grund dann haben wir das versucht uns im internet schlau gemacht vor gut 14 15 jahre so dann fahren wir mit fell und dann ging es langsam los ist das so der fachausdruck dass ihr sagt wir fahren mit fell für mich zumindest oder auch in diversen sozialen medien schreibe ich auch immer dass wir mit mit fell fahren und dann fängt das interesse schon an also bevor ihr euren hund euch sozusagen zugelegt habt war für euch schon klar oder bewusst dass motorradfahren mit hund möglich ist weil wie gesagt das motorrad war zuerst da und wir wollten einen hund dann haben wir uns erst einmal informiert ob das überhaupt geht wie das auch von der gesetzlichen lage ist und dementsprechend als es dann alles so ziemlich klar war haben wir gesagt okay jetzt gucken wir mal was was wir bekommen und wie seid ihr das ganze dann angegangen wie funktioniert das überhaupt mit dem hund auf dem motorrad also bevor ich jetzt über dich recherchiert habe konnte ich mir das sehr schwierig vorstellen also man muss erst mal den hund an seine unterkunft gewöhnen haben wir von der firma baxter haben einen speziellen tankrucksack wo auch das tier innen drin angebunden wird weil die in deutschland zählen hunde als ladung und die müssen gegen herausfallen oder heraus spring gesichert werden diesen tankrucksack haben wir dann über winter als rückzugsart und da gab es nur futter und alles mögliche leckerli sozusagen wie die hundehütte oder der hunde oder das hundekissen haben wir dann über winter dann einfach an die ins wohnzimmer gestellt und den hund daran gewöhnt dass er sieht da passiert nichts das ist halt einfach sein häuschen fertig ab und zu auch mal den deckel zugemacht dass da auch nichts schlimmes passiert dass der hund wenn er da drin ist und dann ging es dann sozusagen aufs motorrad erst einmal die höhe dass da nichts passiert wieder mit viel leckerlis üben üben irgendwann einmal im stand den motor angemacht bis der hund auch wieder ganz entspannt war die erste große fahrt ging dann im hof ja einfach so einmal im kreis gefahren und bis das dann auch alles funktioniert hat dann ging es so langsam auch mal raus auf die straße jetzt hast du das so schön zusammengefasst aber das hat bestimmt eine ganze weile gedauert oder wie lange hat das gedauert bis der hund sich daran gewöhnt hatte das kommt auf den hund drauf an unser vater also unser erster hund der willi der vorne sitzt der war in drei wochen soweit ja und euer zweiter hund der zweite und die lotte die welche hinten sitzt die braucht ein viertel jahr die ist ein bisschen ängstlicher gewesen war auch schon ein bisschen bilder also zu uns kamen das sind ja beides tierschutz hunde und ja dann heißt halt üben 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 bei der lotte war es im prinzip so fünf minuten fahren zehn minuten spielen zwei minuten fahren fünf minuten spielen bis ich bis sie sich dann auch beruhigt hat also für sie war das anfang sehr viel stress ach da melden sie sich ja zu ja krass also ich kann mir das immer noch nicht hundertprozentig vorstellen wie das so abläuft aber wie du es so erklärt ist es natürlich klar man führt den hund ganz langsam ran man achtet darauf wie ist das tempo des hundes und ist da ganz vorsichtig aber wenn die hunde dann in dem koffer vorne oder hinten auf eurem motorrad sitzen du hast gesagt ihr macht dann den deckel auch zu sind die dann da richtig eingeschlossen also der tankrucksack vorne der hat extra ein loch da kann der kopf rausschauen zur not also im extremen fangen könnte der hund auch rausspringen aber wie gesagt er ist angeleint da ist die leine einfach nur so lang dass er sich einfach hinsetzen kann mittlerweile ist es ist der fan so entspannt wenn es ihm zu langweilig wird holt er sich und rein und schlägt bei der lotte hinten haben wir ein top case umgebaut ein loch rein gemacht welches gerade so groß ist dass der kopftür schaut aber keine schulter durchpasst in dem fall ist sie auch ohne dass sie angebunden ist ist sie gesichert gegen herausfall toll super du hast eben schon gesagt also da das habt ihr jetzt selber gebaut aber du hast auch gesagt es gibt auch anbieter für solche motorradrucksäcke den ihr vorne habt das ist ein gekaufter richtig das ist ein gekaufter darf ich hier mal sagen ja klar das ist von baxter ich habe sind spezialisiert auf tankrucksäcke allgemein und da gibt es unter anderem auch einer für tieren speziell für tieren und für hinten drauf gibt es noch zwei oder drei andere anbieter amerikanische die dann im prinzip dann auch hinten drauf geschnallt werden weil zum beispiel jobber haben ja meistens die instrumente auf dem tank und da kann man schlechten tanken gesagt drauf machen und für diese sachen gibt für diese fahrzeuge jobber gibt es dann was für hinten drauf vor auf die sissi bar drauf kommt und so weiter die sind dann auch ausstoff ich wie gesagt habe die lösung genommen ein originales top case wurde dem motorrad dazugehört und habe das ein bisschen modifiziert toll klasse wie alt waren eure hunde als sie das gelernt haben das motorrad fahren du hast gesagt die kommen aus dem tierschutz ja der willi der war circa weil das weiß man nicht so circa acht monate also zu uns kam und die lotte die war schon circa zwei jahre willi kommt aus mallorca war aber schon in deutschland bei pflegeeltern und die lotte aber auch in deutschland bei pflegeeltern also unser rumänisches mädchen schön also ist es gar nicht unbedingt vom alter abhängig wann der hund sowas lernt ich mal eventuell lernen junge hunde das schneller aber grundsätzlich kann es auch ein ausgewachsener hund noch lernen definitiv kann es jeder klar je älter es wird umso länger kann es dauern aber das ist dann meistens wieder vom wesen des hundes den ältesten hunden nicht beim bekannten ans motorrad fahren gewöhnt habe der war zwölf jahre das dauerte ungefähr acht woche dann war cool aber vielleicht war der dann natürlich auch schon ein bisschen ruhiger als die jungen hüpfer ja ruhiger auf jeden fall aber ich glaube so motorrad und laut und wind und nicht machen was man will ist doch schon schwierig ich kann mir auch vorstellen es gibt unglaublich viele leute die jetzt kommen und sagen das ist doch tierquälerei was die da machen die hunde die müssen noch angst haben und sich beengt fühlen was antwortest du diesen menschen dann hoffe ich dass sie nie von irgendwelchen rettungshunden gerettet werden müssen weil die fliegen im hubschrauber mit werden abgeseilt beim bei der bundeswehr bei der armee in amerika drüber springen die mit dem fallschirm runter in diverse rettungsgebiete hunde sind so mehr fähig als viele denken kann man sagen es ist alles ziemlich eine übungssache wir haben es versucht wenn es nicht geklappt hätte hätten wir irgendwie eine andere lösung bekommen dann aber bei uns hat es geklappt und ich sag es klappt bei jedem und oder bei fast jedem so rum ja schön ja ich habe im letzten jahr über fahrrad anhänger berichtet das ist ja in einem kleineren format ja so eine ähnliche geschichte also da sind die hunde ja auch dann daran gewöhnt in dem fahrrad anhänger zu sitzen und das rattern und tattern auszuhalten was da unter ihren füßen passiert genau das gleiche motorrad ist dann level zwei richtig genau worauf muss man denn achten wenn man also es jetzt schon gesagt ihr habt natürlich die sitze sozusagen für die hunde oder die aufbewahrungsboxen was muss der hund noch haben um gut motorrad fahren zu können ich habe auf eurer homepage gesehen oder auf deiner seite gesehen dass sie auch teilweise so brillen tragen gegen den wind oder war das nur zum spaß nee das ist schon echt so das ist der willi der vorne sitzt und er braucht keine brille weil da sitzt ca 15 cm hinter der windschutzscheibe die lotter die hat eine brille mein windschatten reicht nicht so weit und das ist eine spezielle hundebrille die sieht aus wie eine skibrille ist aber wie gesagt speziell für hunde gemacht worden die ist wie waren das also in hundebrille eu die vertreibt die hier in deutschland bei denen waren wir auch schon und die haben es dann mal erklärt dass es dann irgendwie in amerika gemacht worden ist weil der besitzer irgendwie ein hund mit augengleide gehabt hat und hat dann rumgebastel gemacht und getan wird mittlerweile sehr oft auch im militär eingesetzt für hunde die dann durch gestrüpp reden oder auch beim jäger haben die da auch mittlerweile sehr viel diese hunde brille ja das müsste ich unsere hündin dann wohl auch anziehen die geht manchmal jagen und dann kommt sie aus dem brombeer gestrüpp wieder und hat überall blut an den augen falls sie sich durch die brombeeren gerannt ist aber ich versuche eigentlich abzugewöhnen zu jagen insofern ja gut aber toll dass es sowas gibt es sind ja hunde die augenkrankheiten haben oder blind sind und das ist dann auch irgendwo bis in den augenschutz gibt es sonst eine ausrüstung die essentiell wichtig ist damit der hund motorrad fahren kann an sich nicht also man braucht nicht unbedingt diesen speziellen tankrucksack ich meine wenn man jetzt ein chihuahua hat bei mir in der hunde gruppe in facebook da ist der baxter doch ziemlich groß da verläuft sich der chihuahua und da kann man auch eine ganz normale tankrucksack nehmen der ein bisschen kleiner ist das funktioniert also auch aber ansonsten braucht man nichts spezielles die brille ist empfehlenswert wegen fahrtwind kein thema ohrenschutz viele fangen fangen dann auch an wegen ohrenschutz und so weiter und so fort also wir hatten in den ganzen 15 jahren kein problem mit den hunde ohren im fahrtwind absolut nicht es gibt aber dort auch möglichkeiten vom gleichen hersteller wie die hunde brille dass damit die ohren schützt sind was laut schärft und den windschutz was muss man sonst noch beachten wie viele pausen macht ihr macht ihr mehrere kleine eine große pause ab wann macht ihr überhaupt eine pause wie hand habt ihr das also wir fahren eine stunde bis anderthalb je nachdem wie es läuft und machen dann jedes mal circa 30 minuten pause wo man die hunde versuchen dann das rennen können laufen können ihr leckerlis kriegen einfach mit denen dann spaß haben das ist unser ganzes da machen wir auch tagestouren wenn wir in urlaub sind dann tun wir uns ein eine pension hotel oder egal wo erlaubt sind aussuchen und oder gar mittlerweile sogar ein feriehaus wird sich dann angemietet und machen von dort aus unsere tagestouren die sind so im schnitt 300 kilometer dann sind wir ziemlich den ganzen tag von morgens um neun bis abends circa 17 18 uhr sind wir da gemütlich unterwegs alle achtung aber es ist ja auch der positive nebeneffekt für euch dass ihr nicht nur auf dem motorrad sitzt sondern euch zwischendurch auch noch ein bisschen bewegt oder richtig genau wir halten dann nicht bei jedem biker treff an weil da haben ja die hunde nichts davon da müssen sie dort wieder angeleint sein dass in der drum rennen also wir halten irgendwo in der wallerei an irgendeinem bach an irgendeinem see irgendwo ab von der straße einfach einfach nur wegen den hunden dass sie sich dann austoben können und rum rennen können ab und zu wollen also einmal fahren fahren wir dann auch mal einen kaffee an wir wollen ja auch was davon haben dann ist das halt so aber dann machen wir dann kurz vor oder kurz nach dem kaffee machen wir dann wieder für die hunde eine pause toll das hört sich sehr harmonisch an bei euch aber es kann wahrscheinlich auch nicht jeder hund auf dem motorrad sitzen oder also ich stelle mir das jetzt bei großen hunden schwierig vor so ein dobermann hat glaube ich auf dem motorrad nichts zu suchen oder der müsste dann eher dann in den beiwagen aber es gibt es man kann sagen bis schäferhunde größe gibt es die möglichkeit bei aussätzen oder und so weiter dass er auch dann zwar hinten nicht vorne aber dass er dann mitfahren kann das gibt es alles vielleicht kannst du mir mal kurz was erzählen ihr seid ja so eine richtige kleine community ihr habt ja eine facebook seite wie seid ihr organisiert ihr motorradfahrer mit fell organisiert also ich bin da der admin in dieser gruppe habt ihn ins leben gerufen es ist der austausch speziell bei neuen mitgliedern sagen jetzt mal oder die wo sich interessieren haben und wie mache ich das so keine ahnung haben das sind wir die jenige ziemlich die einzige gruppe in facebook also die deutschsprachige zumindest gibt ja noch genug in amerika drüber wo ich auch mitglied bin wo ich sage jetzt mal das geballte wissen in dieser gruppe für speziell deutschsprachige raum vorhanden ist gibt eine mitgliedertate wo sich jeder eintragen kann wenn ich urlaub machen mittlerweile wird bedingt in deutschland letztes jahr auch schon und dann gucke ich mal wo ich dann vielleicht hinfahre wo ein paar mitglieder von uns ist dass man sich dort auch mal im echten leben trifft die amerikaner sind ja in vielerlei dingen ein bisschen ja wie soll ich sagen verrückter als wir deutschen hier würde ich jetzt mal so ausdrücken hast du das schon festgestellt wie ist das bei den amerikanern mit den motorrädern und den hunden es gibt viele extreme wo dann bei uns wird man sagt es ist fasching so wie die rumfahren aber die sind ja im prinzip nicht viel anders da wie mir außer ein paar verrückte klar amimesisch typisch aber im prinzip fahren ja auch so hunde sind gesichert in spezielle tankrucksäcke vorne oder hinten alles möglich das auch vielleicht erzählst du hast es zwischendurch schon mal so fallen lassen aber was für eine maschine fährst du eigentlich und was für hunde habt ihr sind das mischlinge wenn sie aus dem tierschutz kommen und wie groß sind die also als ich fahre eine hunde pan european st 1300 von honda jeder kennt die goldwing ich bin eine nummer kleiner es ist so ein reisedampfer sage ich mal also mit voller verkleidung und man müsste normalerweise nur noch absteigen um zu tanken so eine tanke hält locker 600 kilometer das ist wirklich große reisedampfer unser willi der vorne sitzt das ist ein jockey ratonero mix aus spanien ratonero ist der hochbeinige jack russell also die jack russell kennt ja jeder dann gibt es ja die parson russell und das ist er nur hat er kurze beine das kommt dann wieder vom jockey das gleiche fell vom jockey so struppelig die lotte wohin sitzt ist ein kurzhaariges das ist ein sorgen soll ein sogenannter bracke mix sein man kann vergleichen mit bonsai schäferhund schön klasse und wo wart ihr schon überall zusammen mit dem motorrad also europa auf jeden fall benelux schweiz österreich mehrfach italien südtirol klar deutschland frankreich also bei uns hier europa ja ich frage meine interview gäste eigentlich immer nach irgendeiner schönen geschichte die sie so in erinnerung haben irgendwas was besonders schön war und dass sie sich deshalb noch so gerne daran erinnern oder irgendwas was besonders verrückt war oder besonders merkwürdig dass wir sich deswegen noch daran erinnern hast du eine schöne geschichte auf lager eigentlich nicht weil jede jede tour ist schön mit den hunden ob ob ich jetzt nur bei mir am wochenende zu hause zwei drei stunden unterwegs bin oder wenn wir in urlaub sind südtirol man fällt halt auf was ganz lustig ist wenn wir im ausland von der polizei angehalten werden was bisher nur damit die bilder machen können nicht zu schnell fahre keine kontrolle sonst irgendwas ging es einfach nur wir würden gern bilder machen das haben die halt von weitem schon gesehen und das war's also tatsächlich hat euch die polizei schon angehalten um mit euch fotos zu machen in welchem land war das das war in italien südtirol ist uns dreimal passiert in den sieben jahren die wir da drunter waren und also ab zu bekommen war sogar von den polizei von der polizei dort gewunken im letzten urlaub sind wir zweimal auch begrüßt worden im vorbeifahrer also die müssen uns irgendwo kennen ich kenne es halt nicht ne wobei die meisten kennen uns auch nur wegen den hunden ach schön das ist ja richtig nett klasse haben die euch denn wenigstens die fotos auch geschickt die sie gemacht haben ne ich hab's gesagt die menschen gern aber da ist nichts gekommen habe nur mal alles durchgegeben e mail ist halt leider nichts kommen schade naja gut beim nächsten mal vielleicht die halten euch bestimmt noch mal an du hast erzählt deine frau wollte ganz gerne hunde haben kannst du uns ein bisschen einweilen was ist denn so deine hunde lebensgeschichte und was waren so deine ersten erfahrungen mit euren hunden wie hast du dich gefühlt als hundebesitzer wie lange seid ihr jetzt schon ein team hund mensch hund mensch jetzt müsste ich nur nachgucken wie lange die jackie da war weil die jackie war unser erster motorradhund genau die jackie kam 2006 zu uns und ist 2014 gegangen die ging mit uns ins bett und war am nächsten morgen steif das war sogar hund die lief zu 95 prozent ohne leine da kann man katzen vorbeilaufen hat wenn man nein gesagt hat war das okay für sie ging sie mit also die die war gelungen ja die war wie gesagt das war unser erster von 2006 auch ein tierschutzhund ja was heißt tierschutz und die bekamen wir über eine tierärztin wurde aus einem tiermässig haushalt und das war ein jack russell beagle mix ja und dann hat dich dann praktisch bei jackie hat dich die liebe zum hund sozusagen gepackt und dann wusstest du ohne hund geht es jetzt nicht mehr ja es macht einfach mehr spaß mit tun und ich sage es mal ganz pragmatisch ob man jetzt motorrad fährt oder nicht mit hund muss man raus das ist ich für ältere leute vielleicht sage ich es mal wichtig bevor die zu hause versauern ganz allein dann gehen sie mit dem hund und sind raus an der luft und bewegen sich du bist ja noch nicht älter aber okay also es gilt auch für jüngere leute ich kann es selber auch bestätigen ich komme bald hin ich werde dieses jahr 55 dann wäre es für mich noch ganz spannend zu wissen was rätst du jetzt jemanden der hier zuhört und der sagt ich fahre ja auch motorrad und wir haben ja auch ein hund kann ich das mit unserem hund auch machen und wie ja was sind so die ersten schritte für denjenigen der das machen möchte ich sag mal langsam darauf hinführen nicht hoppladdi hopp es gibt hunde da kann man die drauf ich sag mal auf motorrad schnelle und fahr weg dann ist das in ordnung aber ich sag mal man soll es lieber behutsam machen damit der hund nicht versaut wird und die angst vom motorrad verliert vor dem lauten vor dem wind vor dem allem drum dran er kann sich gerne bei mir melden kein thema ob über facebook oder whatsapp oder direkt telefon oder persönlich absolut kein thema sollte ich gut informieren und dann sollte das kein thema sein alles klar dann werde ich mal alle kontakt informationen die ich so zu dir habe facebook instagram und so werde ich in die folgen notizen packen und dann kann ja jeder sich an dich wenden im endeffekt ganz genau ja also unsere facebook gruppe sage ich mal ist nicht für jeden da die ist also rein nur wenn sie man wirklich vor hat und dann sieht man dann was nach einem halb dreiviertel jahr passiert ist wenn da nichts passiert ist darf er wieder gehen dann sage ich mal ganz überheblich dann pass ich schon auf dass er wieder draußen ist die gruppe sein wo die hunde mitfahren wie gesagt egal ob beiwagen oder auf dem quad oder direkt auf dem motorrad und wenn jemand neu hinzukommt infos braucht dann wollen wir auch ergebnisse sehen wenn kein ergebnis kommt weil aus welchen gründen auch immer dann kann er halt nicht mehr bei uns bleiben vollkommen legitim tom kein problem du hast gesagt quad also gibt es auch andere fahrzeuge sozusagen noch also motorrad nahe fahrzeuge fahren auch leute roller oder mofa roller auf jeden fall haben wir auch ein paar stück in der gruppe ich glaube zwei oder drei stück mit quad bei 450 leute sind wir mittlerweile ja muss ich gucken dass ich ein überblick noch verhalte aber ich habe sie ziemlich gut im griff klasse sehr schön nun bist du ja schon seit einigen jahren 2006 hast du gesagt das sind ja dann jetzt auch schon immerhin 15 jahre ein bisschen mehr bist du hundehalter hast du aus deiner erfahrung mit den hunden einen ich sage immer so einen top tipp für hundehalter irgendwas was dir immer so auffällt es gibt ja jetzt durch die corona zeit sehr viele neue hunde besitzer hast du einen tipp wie man mit hunden gut umgehen kann was man beachten sollte konsequent sein im prinzip sind es wie kleine kinder wenn man denen freie hand lässt dann toben sie überall rum machen und tun man kann fast sagen man muss man muss es so erziehen wie kleine kinder so in diese richtung ja das stimmt da sind sehr viele parallelen wie viele kinder hast du zwei und die sind gut gelungen gehe ich mal davon aus ich sage mal so ich habe die zwei mit ihm gebracht das sind nicht meine eigene ich bin dazu gekommen da waren sie fünf und sechs aber wir sind jetzt mit jahren zusammengewachsen ein absolutes team schön nach das freut mich sehr fahren die auch schon motorrad sie haben beide den führerschein fahren aber nicht mehr sind beide auch verheiratet ich bin dreifacher opa ich gehe davon aus wenn wenn denen ihre kinder älter werden dann werden dass ich auch wieder das motorrad setzen das ist ja häufig so der gang der motorradfahrer ne kenne ich okay prima sehr schön ja also grundsätzlich sind wir dann jetzt auch schon am ende des interviews angekommen ich weiß nicht kennst du einen gibt es ein buchtipp für leute die motorrad mit hunden fahren gibt es da irgendwelche bücher oder gibt es vielleicht ein bildband ihr macht so tolle fotos eigentlich müsst ihr mal ein bildband rausbringen also bildband haben wir keins was ich für die gruppe gemacht habe ich so ein kleines filmchen mit bilder und wir haben ja jetzt im juni haben wir unser zwejähriges gruppe bestehen da gibt es ein größeres filmchen mache ich da zusammen mit dem kollege ja da habt ihr ein großes event vor euch wann war das sagst bitte noch mal am 6 6 diesen jahres ein gutes datum kann man sich eigentlich sehr gut merken sehr schön ja dann wünsche ich euch dafür ganz ganz viel spaß und erfolg dass es hoffentlich aber ihr trefft euch nicht live oder habt ihr irgendwie treffen geplant wenn es corona bedingt möglich ist ich bin nicht so der treffen fan das wissen die meisten von der gruppe nicht ich treffe mich gern mal mit ein oder zwei wenn ich in der gegend bin wird halt auch daher wir sind auch nicht keine gruppenfahrer wir fahren lieber alleine weil wir können dann anhalten wo man wohl und das möchte ich diverse oder möchte ich der gruppe nicht antun dass die da irgendwo in der wallerei anhalten leute die ab und zu mal mitfahren die wissen was sache ist die fahren dann gerne mit aber ansonsten sind wir lieber alleine hat auch was damit zu tun meine frau ist krankenschwester muss jedes wochenende arbeite und das freie wochenend wollen wir dann nicht noch mit einer gruppe verbringen verbringen das wollen wir dann schon zu viert alleine verbringen das kann ich sehr gut nachvollziehen kein problem tom vielen vielen dank für das total nette sympathische gespräch das hört sich klasse an ich hoffe wir konnten ein paar vorurteile vielleicht auch abbauen gegenüber den leuten die denken das wäre tierquälerei ein hund auf dem motorrad mitzunehmen ich finde ehrlich gesagt das ganz toll weil ich glaube ich mein hund und mensch ist ein team die müssen zusammen sein und auch in der freizeit zusammen was unternehmen insofern finde ich es klasse dass ihr diese lösung für euch und eure hunde gefunden habt es ist wie gesagt ja auch nicht großartig was anderes als ein hunde anhänger auf dem fahrrad und deswegen mehrfach daumen hoch von mir für dieses tolle hobby und danke dass du uns diese einblicke da rein gegeben hast bitte gern dann mach's gut und vielen dank für das nette gespräch und ich sage auch vielen dank fürs zuhören heute hat euch dieser podcast gefallen dann teilt ihn doch mit euren freunden und gebt mir eine fünf sterne bewertung denn nur so werden auch andere hundefreunde auf den podcast aufmerksam nun knuddelt euren hund und gebt ihm ein leckerchen und sorgt für ein schwanzwedeln bis zur nächsten folge wuff und tschüss